Liebe Kundinnen, liebe Kunden, sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu der zweiten Videobotschaft im 2021. Dass wir alle in wirklich außergewöhnlichen Zeiten leben, ist uns bekannt und da braucht es teilweise neue Wege, damit unsere Wirtschaft am Laufen bleiben kann. Und so einen Weg möchten wir heute eigentlich lancieren. Wir haben ein Produkt oder eine Aktion zusammengestellt aus der Region für die Region und zu diesem Zweck habe ich heute den Präsidenten des Gastroverbandes Aargau bei mir, Bruno Lustenberger, und möchte ihm das Begrüssungswort auch herzlichst übergeben. Bruno. Danke vielmals, André Steiner. Ja, Auto-Center Emil Frey, Saferweil und Gastro Aargau bieten beide eine top-Dienstleistung. Wir schauen zu unseren Gästen und zu unseren Kunden. Wir haben beide gute Produkte und was gibt es da Besseres als eine Zusammenarbeit miteinander zu suchen. Und diese Zusammenarbeit haben wir gefunden und ich danke ganz herzlich für das. Das ist nicht selbstverständlich und möchte damit zum Ausdruck bringen, dass wir das sehr schätzen. Ja, danke vielmals Bruno Lustenberger. Ich glaube, es ist eine Geschichte, wo alle Akteure nur profitieren können. Und wir wollen auch nicht jammern, sondern wir wollen mit Taten unser Geschäft gemeinsam in einer Kooperation in Zukunft treiben, nachhaltig sein. Wir müssen Arbeitsplätze sicherstellen, wir müssen Ausbildungsplätze sicherstellen, insbesondere die Ausbildungsplätze haben einen ganz hohen Stellenwert. Und darum folgendes Angebot vom 1. März bis zum 30. April kommen Sie im Auto-Center Saferweil beim Kauf von einem Neuwagen oder einem Occasionswagen einen Gastro-Gutschein im Wert von 300 Franken rüber, die Sie einlösen können in einem von den 1.200 Gastro-Betrieben, die dem Gastro-Verband Aargau angeschlossen sind. Was gibt es Schöneres als mit dem neuen Auto noch einmal endlich wieder einmal auswärts zu essen, es zu geniessen und mit dem schönen Wagen noch einmal wieder nach Hause zu fahren. Danke vielmals. Also wir freuen uns auf Bruno und hoffen, dass ein Haufen Kundinnen und Kunden davon profitieren und nachher bei euch in den Betrieben Gastlichkeit erfahren. Und ich denke, eine gute Idee aus der Region, für die Region. Danke vielmals.